Nur bereit zu zahlen sind die wenigsten in Zukunft. Das macht sich auch darin bemerkbar, dass es sehr viele illegale Kopien gibt. Eine große Herausforderung für Ihre Branche. Wie begegnen Sie der? Ja, die Herausforderung ist gar nicht mehr so groß heute. Wir haben das abgefragt ganz aktuell und sehen, dass nur 2% der Gamer, und das sind überwiegend junge Männer, überhaupt regelmäßig Raubkopien von Spielen machen. Weitere 7% tun das selten, aber 82% lehnen das für sich strikt ab. Das heißt, gerade diese Raubkopien, die die Branche vormals sehr intensiv beschäftigten, werden zunehmend zum Randphänomen. Sagt Bernhard Rohleder vom Branchenverband Bitkom. Vielen Dank für das Gespräch.